Letztes Jahr haben wir es auch, glaube ich, hier verkündet, da hast du den hier Anwesenden exklusiv erzählt, wer die Mannschaftskapitänin der neuen Saison ist. Und das möchtest du, oder ich möchte das, dass du das auch heute hier tust und dass ich das nicht übernehme. Saskia, deshalb an dich die Frage, wer ist unsere neue Mannschaftskapitänin in der kommenden Saison? Also, ich mach das jetzt mal auf Englisch, so I'm gonna do it in Englisch. And they want me to announce our new captain. Last year we had Lins as our captain, she did really a good and great job. So, we love you Linsen, we love you Linsen, we love you Linsen, we love you Linsen. We love you Linsen, we love you Linsen, we love you Linsen, we love you Linsen, we love you Linsen So, you see, she will still be ... I told her the face of our team I mean she's always on the pictures Ich weiß nicht, wie du das machst, aber du bist immer auf den Bildern. Ja, ja. Du bist immer auf den Bildern. Aber für diese Saison habe ich entschieden, um mit einem neuen Kapitän zu arbeiten. Wir haben entschieden, um mit einem neuen Kapitän zu arbeiten. So, dieses Jahr, Mackenzie wird unser neue Kapitän. Es gibt verschiedene Gründe. Ich werde nicht alles mit Ihnen sharen. Aber ich denke, dass sie als Persönlichkeit in der Karte ist wichtig. Alle Persönlichkeiten sind wichtig für uns. Ich brauche nur einen mit einem kleinen, weißen Strip und ein Nummer. Und für mich jemanden, der immer zu mir kommt und sagt, was ich besser machen kann, was wir besser machen können. Jeder macht das. Aber für dieses Jahr, ich wollte nur ein bisschen Veränderung haben. Und wir haben entschieden, Mackenzie als unsere Kapitän. Okay, wir freuen uns, glaube ich, alle darüber. Mackenzie Adams, unsere neue Mannschafts-Kapitänin. Wir haben ja sehr viele, gute, gute Fragen, gute und schöne Zuschauer. Wir denken, das war wohl eine Karte ist wichtig, oder? Deswegen. Wir sehen uns, wenn dune Winfekt, Wir sehen uns mit, ja, wir sehen uns. Und dann, wir sehen uns. Vielen Dank.